vielleicht öffnet mir das ja die eisentüre eigentlich hier lang hier lang nein sie dagegen werfen bringt auch leider nichts also ein stab kann ich nicht anlegen dafür bräuchte ich acht erd magie und seine krone hier einfach zu ihm hinlegen bringt mir auch nichts nett ist die kohle ja für den stats her sie hilft mir einfach nur nicht nein es hilft mir jedenfalls nicht durch die eisentür damit habe ich irgendwo was geöffnet gehabt eisenschlüssel habe ich ja auch gar keine mehr die habe ich jetzt alle aufgebraucht ja im vergifteten champion die nachricht von dem habe ich auch gelesen gehabt ist das irgendwie ein hinweis dass ich mich auch auf den weg zurück machen sollte das problem ist hier ist noch jede menge freier platz was mich halt ein bisschen stutzig macht ist die aussage dass es noch einen zweiten stock mit dem tempel gibt ich den aber bis jetzt noch nicht gefunden habe also ja nicht hier sondern business district genau wie komme ich in den business district ich höre auch hier hinterher noch rumgekrabbelte nein die münze bringt mir hier nichts das kann richtig sein dass die keinerlei hinweise hinterlassen haben wie man ab torums grab weitermachen soll mal hier bin ich in der grabkammer we honor you king torum scroll of fire burst die habe ich doch bereits gehabt warum auch immer die noch mal darum liegt und das ding ist leer hier sind keine knöpfe irgendwo versteckt nee ich denke jetzt gerade wahrscheinlich richtig kompliziert ich weiß seit auch immer noch nicht wie ich in den tempel will in den tempel kommen weil das steht definitiv hier sekt floor und tempel ich kann ein stück das einschlagen ernsthaft ich kann das einschlagen muss ich dann auch irgendwann mal mit dem anderen gang obieren oh 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 solid key the temple doors open finally well now the reform begins ah ja ok mich dran dass ich irgendwann noch mal dahin zurück gehe und das da auch mache gut wenn er ist healthy con healthy oh cool ja ich sehe da einen weibern drin ich sehe eine conduit da ist eine säule da ist nichts drin da ist nichts ja gut gemstone's works will not help you here you have to jump across little insects sind den denn Das war's. Ok, unter den Insects verstehe ich eigentlich normalerweise die komischen Viecher, aber ja, bevor ich da runter springe, gucke ich mir doch lieber die anderen etwas. Du nimmst die Waffe, und du nimmst die Waffe, und du nimmst sie mit dir. Wer wird als nächstes? So. Nett. Okay, das ist noch eine. Böse Falle. Au. Böse Falle. Hm. Hm. Ja, das war das Rätselstelle Song. Oh nö. Ein Level Up, wenn wir... Heavy Armor. Ein paar gescheite Stiefel für wen? Für dich. Und ein paar gescheitere Hosen für... dich. Habe ich gerade so gemerkt. Oh, da sind noch mehr von euch. Okay. Äh, was habe ich noch am Essen? Einen Happen für dich und alle anderen sind okay soweit. Schlafen werde ich jetzt nicht, sondern... Ich werde hier am Stein speichern. Und werde dann hier jetzt erst einmal einen Cut machen. Also vor dem Tempeleingang. Wobei ich werde... wirklich nochmal... bis ganz zum Anfang zum Einsturz zurückgehen. und gucken, was sich dort noch versteckt hält. Also... Speichere ich mal... ordentlich. Wer ist gel offens Butches. da gehtreich. Ich bin klassisch. Untertitelung des ZDF, 2020